Ich will nochmal auf den Anfangspunkt, mit dem du begonnen hast, nochmal aufbringen, nämlich diese Motivation oder halt dieses, wie niedrig schaffe ich diese Einstiegshürde sozusagen zu machen. Und das ist ja auch der Punkt, der ja einfach dieses Persönliche vom Business-Knowledge-Management-System einfach massiv unterscheidet, weil man eben herausfinden muss, wer es denn nutzen sollte. Und das ist, wie wir es jetzt schon ein paar Mal erwähnt haben, es macht auch schon einen Unterschied, ob es mein unter Anführungsstrichen kleines Team ist, mit irgendwie, sagen wir mal, fünf Menschen, die sowieso eng zusammenarbeiten an vielleicht einem Projekt, wenn ich für dieses kleine Team ein Knowledge-Management machen muss. Oder, wie wir es schon gesagt haben, das Team nebenan oder die zwei Abteilungen daneben, wo nochmal fünf bis zehn bis zwanzig Menschen dran sitzen, die vielleicht keine Ahnung davon haben, was wir in unserem kleinen Projekt machen. Aber möglicherweise Dinge von uns brauchen, also beziehungsweise, wie wir es ja schon gesagt haben, ja, hängt natürlich mit dem Kontext zusammen, aber vielleicht liefern wir teilweise für bestimmte Fragestellungen einfach Antworten und Lösungen, die halt von anderen auffindbar sein müssen. Und da ist, finde ich, schon wieder dieser Motivationspunkt eigentlich sehr spannend, weil da kann man halt durchaus sagen, naja, wir, wir, klingt natürlich blöd, ja, wir müssen es machen. Aber quasi der zweite Erklärungsschritt ist halt, es ist ein Hilfe, ein Unterstützungstool für die und die und die anderen Teams. Das heißt, da kann man irgendwo dann nicht mehr nicht motiviert sein und sagen, ja, aber das passt doch, wenn ich das selber mache. Nein, weil der Punkt ist, dass andere können profitieren von den Dingen, die wir abliefern im Team. Und das, wie wir es immer sagen, ja, das bringt halt das gesamte Unternehmen und das gesamte Team weiter und das sollte ja so ein bisschen das Ziel auch sein. Und man muss das, glaube ich, auch vor allem als Unterstützungstool sehen. Und ich glaube, das ist, wie wir es am Anfang schon kurz erwähnt haben, das ist, glaube ich, noch, auch mit diesen digitalen Tools zusammenhängend, ist es vielen nicht klar, dass das eine massive Unterstützung sein kann, so etwas zu haben. Sondern es hat so ein bisschen diesen Drall bekommen von, ja, Produktivität, Effizienz und, ah, das ist viel zu kompliziert, diese Technik, die dahinter steckt. Aber der Zugang ist tatsächlich, wie kann ich mein Team gemeinsam quasi voranbringen bei Arbeitsprozessen. Und das ist mittlerweile alles relativ gut machbar und nicht so kompliziert, wie du es jetzt schon gesagt hast mit zum Beispiel OneNote, wo die Einstiegsüter relativ klein ist, weil die Suche ist gut, du kannst überall dein Feld beginnen zu schreiben und wir sind schon drin. Also wir sind schon mit dabei, das quasi einzuarbeiten. Und ich finde, das ist halt der wesentliche Punkt, ist, dass ich wieder von der Endnutzerinnen-Seite sozusagen komme und mir zuerst Gedanken darüber mache, wer soll das finden können und welche Antworten sollen dort drin sein. Und dann sollte, zumindest meiner Meinung nach, diese Motivation fürs Team selber mitkommen, weil man sagt, ja klar, ich unterstütze gerne mit meinem Wissen dann halt die Arbeitsprozesse von da drüben auch.